Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Komplementärseele mit Garantie Was bedeutet dieser Begriff Komplementärseele? Es kommt von Latein und bedeutet übersetzt Ergänzung, Erfüllung. Und es soll das Ziel sein im Liebe Partnerschaft. Und ich als Beraterin begleite Sie gerne bis zum Ziel mit Erfolgsgarantie. Es sind Beziehungen, was oft nicht die Erfüllung bringt. Vielleicht haben wir noch Lernaufgaben. Oder lernen wir etwas loslassen. Manchmal haben wir Angst. Angst, alleine zu sein. Und halten wir eine nicht funktionierende Ehe oder eine nicht funktionierende Partnerschaft. Es kommt auch sogar vor, dass wir uns erniedrigt fühlen. Also bedrückt etwas. Diese Art von Partnerschaft, diese Art von Beziehungen, können wir nicht mit Liebe sprechen. Oder ist es einseitig. Das bedeutet mit anderen Worten, es hat kein Sinn. Und denken Sie bitte daran, wie schnell die Zeit vergeht. Und es sind wertvollen Jahre. Und Sie können in diesen Jahren glücklich sein. Und es ist wichtig, Chance zu geben für die Richtige. Und ich nenne das als Komplementärseele. Dann passt das auch alles. Hier gibt es keine Lernaufgabe. Hier muss nichts bearbeiten. Das ist die Ergänzung und Erfüllung. Ich würde dazu sagen, auch die Befreiung. Möchten Sie Ihre Komplementärseele kennenlernen? Na dann, unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten zu meinem Beratungsinstitut. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici-Portes. Dendera Susanna Medici-Portes